Liebe Freunde, liebe Zuhörer unseres Radios, wir sind an dieser Stelle eingegangen auf ein Büchlein von Bad Ransburg, das wir abgeschlossen haben. Es geht hierbei um die Eucharistie. Dazu passend ist ein apostolisches Schreiben des jetzigen Papstes vom 29. Juni dieses Jahres. Es trägt den Titel Desiderio Desideravi, zweimal das gleiche Wort. Desiderium heißt Sehnsucht, mit Sehnsucht habe ich herbeigesehnt, wenn man es wörtlich übersetzt. Es bezieht sich auf Lukas 22,15, der Papst stellt das in Lateinisch, seine Ausführungen voran. Desiderio Desideravi hoc pasca manducare vobiscum antiquam patia. Mit Sehnsucht habe ich verlangt, dieses Pasca mit euch zu essen, bevor ich leide. Es ist ein Schreiben des Papstes an die Bischöfe, die Priester, die Diakone, die gottgeweihten Personen und an die gläubigen Laien. Thema über die liturgische Bildung des Volkes Gottes. Es passt also gut als Anschluss zu dem, was ich in den vorausgehenden Angelus-Meditationen Ihnen dargelegt habe. Meine lieben Schwestern und Brüder, mit diesem Brief möchte ich mich an alle wenden, nachdem ich mich nach der Veröffentlichung des Motu Propio Traditiones Custodes bereits an einige der Bischöfe gewandt habe, eigens an die Bischöfe gewandt habe. Da ging es darum, dass die tridentinische Messe genauer reguliert wird, wann sie gefeiert werden darf, wann sie nicht mehr gefeiert werden darf. Der Papst hat das restriktiver als den Vorgänger Vorgänger gehandhabt, um mit euch einige Überlegungen zur Liturgie einer grundlegenden Dimension für das Leben der Kirche zu teilen. Das Thema ist sehr umfangreich und verdient in all seinen Aspekten eine sorgfältige Betrachtung. Mit diesen Zeilen beabsichtige jedoch nicht, das Thema erschöpfend zu behandeln. Ich will hier schlichtweg einige Denkanstöße geben, um die Schönheit und Wahrheit der christlichen Feier zu betrachten. Und dann von den folgenden Nummern ist die Überschrift, die Liturgie, das Heute der Heilsgeschichte. Das haben wir auch schon mehrfach gehört und erörtert an dieser Stelle. Es ist nicht etwas, was in der Vergangenheit bleibt, sondern es wird heutig. Real Präsenz. Real heißt wirklich Präsenz, Gegenwart. Es wird wirklich Gegenwart. Mit großer Sehnsucht habe ich verlangt, von meinem Leiden dieses Paschamal mit euch zu essen. Die Worte Jesu, mit denen der Bericht über das letzte Abendmahl beginnt, sind der Spalt, durch den wir die erstaunliche Möglichkeit haben, die Tiefe der Liebe der Personen der Heilsen und der Feitigkeit zu uns zu ermessen. Petrus und Johannes waren gesandt worden, um sich auf das Paschamal vorzubereiten. Aber bei genauerem Hinsehen ist die gesamte Schöpfung, die gesamte Geschichte, die sich schließlich als Heilsgeschichte offenbaren sollte, eine große Vorbereitung auf dieses Mal. Petrus und die anderen stehen an diesem Tisch unwissend und doch unverzichtbar. Jede Gabe, die eine solche sein soll, muss jemanden haben, der bereit ist zu empfangen. In diesem Fall ist das Unverhältnis zwischen der Größe des Geschenkes und der Kleinheit des Empfängers unendlich und kann uns nur überraschen. Doch durch die Barmherzigkeit des Herrn wird die Gabe den Aposteln anvertraut, damit sie jedem Menschen zuteil werden kann. Bei diesem Abendmahl hat sich niemand einen Platz verdient. Alle waren eingeladen, oder besser gesagt, sie wurden von Jesu brennendem Wunsch angezogen, dieses Pascha mit ihnen zu essen. Er weiß, dass er das Pascha-Lamm ist. Er weiß, dass er das Pascha ist. Das heißt, dass er geschlachtet wird wie das Pascha-Lamm. Dies ist die absolute Neuheit dieses Abendmahls. Die einzige wirkliche Neuheit in der Geschichte, die dieses Abendmahl einzigartig und aus diesem Grund endgültig unwiederholbar macht. Sein unendliches Verlangen, diese Gemeinschaft mit uns wiederherzustellen, die sein ursprüngliches Vorhaben war und bleibt, wird jedoch erst dann gestillt sein, wenn alle Menschen aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen von seinem Leib gegessen und sein Blut getrunken haben. Deshalb wird dasselbe Abendmahl bis zu seiner Wiederkunft in der Feier der Eucharistie gegenwärtig gemacht. Also es ist eine Vorwegnahme, eine Ergänzung des himmlischen Hochzeitsmahls. In der Jesaja-Apokalypse, ich glaube Jesaja 23 ist es, wird das genau geschildert, wie da die Völker der Erde, alle Nationen, aller Menschen, aller Zeiten, aller Geschichten sind da zum Gastmahl der Vollendung geladen und sie erhalten die besten Weine, erlesene Speisen und ein unvorstellbares Bild, wenn das Milliarden Menschen sind, wie soll das gehen, fragen wir da örtlich, was muss das für ein Saal sein. Ja, das wird alle Dimensionen sprengen. Auf jeden Fall werden wir Gemeinschaft miteinander haben, über Kulturen, Jahrhundert, Jahrtausende hinweg. Die Welt weiß es noch nicht, aber alle sind zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen. Alles, was es dazu braucht, ist das Hochzeitskleid des Glaubens, der aus dem Hören seines Wortes kommt. Die Kirche schneidert es aus einem weißen, im Blut des Lammes gewaschenen Tuches. Wir sollten nicht einmal einen Augenblick Ruhe haben, wenn wir wissen, dass nun nicht alle die Einladung zum Abendmahl erhalten haben oder dass andere sie auf den verschlungenen Leben des menschlichen Lebens vergessen oder verloren haben. Deshalb habe ich gesagt, er zitiert Evangelii Gaudium, sein erstes apostolisches Schreiben, November 2013, Ich träume von einer missionarischen Entscheidung, die fähig ist, alles zu verwandeln, damit die Gewohnheiten, die Stiele, die Zeitpläne, der Sprachgebrauch und jegliche Kirche Struktur ein Kanal werden, der mehr der Evangelisierung der heutigen Welt als der Selbstbewahrung dient. Damit alle am Opfermahl des Lammes Platz nehmen und von ihm leben können. Von unserer Antwort auf eine Einladung gibt es sein Verlangen nach uns. Wir sind uns dessen vielleicht nicht einmal bewusst. Aber jedes Mal, wenn wir zur Messe gehen, ist der Hauptgrund, dass er von seinem Verlangen nach uns angezogen wird. Die mögliche Antwort, die anspruchsvollste Askese, besteht für uns wie immer darin, uns seiner Liebe hinzugeben, uns von ihm anziehen zu lassen. Sicher ist, dass unsere Gemeinschaft mit dem Leib und Blut Christi von ihm beim letzten Abendmahl gewollt war. Der Inhalt des gebrochenen Brotes ist das Kreuz Jesu, sein Opfer im liebenden Gehorsam gegenüber dem Vater. Ohne das letzte Abendmahl, d.h. die rituelle Vorwegnahme seines Todes, hätten wir nicht verstehen können, wie die Verstreckung seines Todesurteils, der vollkommen und wohlgefährige Akt des Kultes gegenüber dem Vater, der einzig wahre Akt des Kultes sein kann. Wenige Stunden später hätten die Apostel am Kreuz Jesu erkennen können, was geopferter Leib und vergossenes Blut bedeuten, wenn sie die Last des Kreuzes getragen hätten. Und daran erinnern wir uns in jeder Eucharistie. Wenn er auferstanden von den Toten zurückkehrt, um für die Emmausjünger und für seine Jünger, die zum Fischfang und nicht zum Fischen von Menschen an den Segenesere zurückgekehrt waren, das Brot zu brechen, dann öffnet diese Geste ihre Augen, heilt sie von ihrer Blindheit, die ihnen der Schrecken des Kreuzes zugefügt hat, und macht sie fähig, den Auferstandenen zu sehen, an die Auferstehung zu glauben. Wenn wir nach Pfingsten nach Jerusalem gekommen wären und den Wunsch verspürt hätten, nicht nur die Information über Jesus von Nazareth zu erhalten, sondern ihm zu begegnen, hätten wir keine andere Möglichkeit gehabt, als die Seinen aufzusuchen, um seine Worte zu hören und seine Taten zu sehen, lebendiger denn je. Wir hätten keine andere Möglichkeit der wahren Begegnung mit ihm gehabt, als die der feiernden Gemeinschaft. Deshalb hat die Kirche den Auftrag des Herrn, tut dies zu meinem Gedächtnis immer als ihren kostbarsten Schatz gehütet. Die Kirche war sich von Anfang an darüber im Klaren, dass es sich nicht um eine Darstellung des Abendmahls handelte, auch nicht um eine heilige. Es hätte keinen Sinn gemacht und niemand wäre auf die Idee gekommen, diesen erhabenen Moment im Leben des Meisters zu inszenieren. Also so eine Art Spiel zu machen, jetzt imitieren wir halt mal das Abendmahl, so wie man ein Theaterstück aufführt und sich dann bestimmte geschichtliche Ereignisse erinnert. Er schreibt schon gar nicht unter den Augen von Maria der Mutter des Herrn, wäre das möglich gewesen. Von Anfang an hat die Kirche Erleuchtung vom Heiligen Geist verstanden, dass das, was von Jesus sichtbar war, was man mit den Augen sehend mit den Händen anfassen konnte, seine Worte und Taten, die Konkretheit des fleischgewordenen Wortes, alles von ihm in die Feier des Sakramente übergegangen ist. Was in Jesus Christus sichtbar war, Papst Leo der Große, ist in die Sakramente eingegangen. Er wird wirklich gegenwärtig. Ich danke Ihnen für Ihre Verbundenheit mit dem Radio. Ich bitte Sie, den missionarischen Auftrag in diesem Monat wirklich ernst zu nehmen und wann immer es Ihnen möglich ist, auch uns mit Ihren Gaben zu beschenken. Gestern war Vorstandssitzung, wir haben gesehen, dass doch viele Projekte vor uns stehen, da kann der Mappen schon ganz schummrig werden. Wann es Ihnen möglich ist in dieser schwierigen Zeit sind wir sehr dankbar. Ungefähr jeder zehnte Hörer spendet, also es ist sicher noch Luft nach oben, wenn ich immer wieder auch bitte, dass doch jene, die es noch nicht tun, sich überlegen, ob sie das Radio unterstützen wollen. Gerade in dieser Zeit ist es eine unglaubliche Hilfe für viele Menschen. So segne und behüte sie der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.